Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Freya. So, ich höre mich vielleicht ab und zu noch ein bisschen komisch an und stocke hier auch ab und zu ein bisschen, weil meine Katze gerade vor mir sitzt und voll die Schmuseeinheiten einfordert. Ja, weil er wahrscheinlich wieder Hunger hat und was zum Fressen haben will. Obwohl eh noch ein bisschen was drin ist. Jetzt riechst du das, was ich gekocht habe. So, Elixier der Schmerzen. Ich erinnere mich an euch, Freya. Ihr wolltet mir dabei helfen, mein neuestes Elixier zu brauen. Das Blut brauche ich, um den Einwohnern von Hillsbrett mein höchst eigenes, hausgemachtes Spezialelend zu präsentieren. Okay, das Blut haben wir. Schau, er applaudiert mir sogar. Wunderbare Sammlung, Freya. Hm, toll. So, wir kriegen hier Hände. Schuhe oder nochmal Schuhe. Intelligenz, Stärke, Willenskraft. Hm. Hm. Ja, aber sie hätten mehr Rüstung, ne? Rezept-Löwen-Koteletts. Oh. Ja, blöd, dass wir jetzt das noch nicht... Also... Uiuiuiuiui. 125. Ja. Achso, warte mal. Das erste Hilfe, da kann ich sowieso nicht viel sagen. 50, noch schlimmer. Pff. Wir sind noch viel weiter hinten. Na gut. Ah, es geht doch nichts über den Geruch von frischem Blut im Vorgebirge. Bäh. Dann lasst uns eine Prise davon und ein wenig hiervon vermischen und der einzig wahre Spaß kann beginnen. Die Kreation aus diesem Blut möchte ich elixierter Schmerzen nennen. Wenn meine Berechnungen korrekt sind, sollte dieses Gebräu der Anfang von etwas Wunderbarem für Lady Sylvanas sein. Aber wir müssen erstmal einen Testlauf machen. Bring dieses Elixier zum nördlichen Hof in den Feldern von Tilt's Bread. Im Südwesten lasst uns sehen, wie Stanley, dem kleinen Hund vom Bauer Ray, dieses Leckerlizzo so schmeckt. Oh, der arme Hund. Er geht voll auf die kleinen Dicken los. Ist eigentlich richtig unfair. Aber wir müssen das leider machen. Leider, leider, gell? Ich bin ja nur froh, dass hier meine Katze kein elixierter Schmerzen irgendwie abbekommen kann. Gell? Nein, du kriegst höchstens das elixierter, keine Ahnung, Schlemmereien oder so ab. Mein kleiner Dicker. So, ich werde das aber bewusst außenrum laufen. Ist das blöd. Gekochte Muscheln. Vor allem, woher kriege ich denn die ganzen Muscheln? Und Angeln habe ich wahrscheinlich auch... Oh, das habe ich besonders weit. Skill 2. Hm. Mit 1 fängt man an. So, ähm. Pet. Mach hier mal, fang hier mal an. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen rumklicken. Weil, wie gesagt, meine Katze hier auch liegt und voll die Schmusereien einfordert. Oh, warte, warte, warte. Verdammt. Ah, ich habe nicht mitgedacht. Großbeerenfleisch. Da kann ich aber auch nichts draus machen, ne? Nö. Nö, 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 nö. Wildduanrose. Die werden wir mal einsammeln. Nein. Na? Alter, ist das anstrengend. Okay, der hier. So, Makgak. Du stirbst auch bald, ja. So, ich hoffe, dass sich das irgendwie ausgeht. Ist zu weit entfernt. Uah. So ein Dreck. Wieso habe ich jetzt Agro? Hm. Das ist ja, äh, ja. Das kommt halt auch davon, wenn man nur mit einer Hand arbeitet, gell? Und rumklickt. Aber, das Katzi hier hat Vorrang. Gell? Mein Katzi da zieht. Hm. Hm. Bewegen tust dich eh noch. Passt. Also er ist nicht von mir gestorben jetzt. Hm. Mein Dikale, gell? Mein Dikale. Zerrissener Bärenpelz. Zerrissener Bärenpelz. So, wen haben wir denn hier alles? Zübete. Ellis Badders. Aha. Und dann noch einen dritten. Den habe ich jetzt leider nicht anklicken können. Aber wurscht. Wen haben wir hier? Einen Allianz Nachtelf. Hast du eigentlich irgendwas, was ich erlernen könnte? Leder. Wolle. Das bringt mir genau gar nichts. Hm. Das bringt mir auch nichts. Hexergürtel. Toll. Das bringt mir auch nichts. Okay. Also geht es weiter nach Hillsbred. Und dann zu diesem armen kleinen Hundi. Und dann müssen wir dem Hundi wehtun. Das finde ich gar nicht toll. Geh. 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 Jetzt kannst du deinen Kopf ein bisschen ablegen auf meinem Arm. Geh. Geh. Du. Nein, 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 nein. Ach, Guido. Hm. Schnurr, 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 Schnurr und da geht schon wieder. Das war es wieder mit der Kuschelei. Wie weit sind wir eigentlich mit Alchemie? Etwas weiter. Okay. Ei. Eieieieieiei. Eieieieiei. Eieieiei. Jetzt haben wir wieder zwei Gegner? Hm. Der dritte kommt vielleicht auch noch dazu. Eie. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Na bitte. Es geht doch. Irgendwie geht's doch immer. So, Maggak, ich hoffe, du hältst jetzt noch ein bisschen die Agro. Bitte. Sehr schön. Jetzt habe ich wenigstens mein Dings-Vorrat wieder aufgestockt. Mein Seelenstein-Vorrat. So, jetzt habe ich die ganzen Haare im Gesicht. Und das ganze Fell von der Katze im Gesicht. Bah. So. Genau, und dann können wir uns auch hier wieder ein bisschen an die Arbeit machen und ein paar Arbeiter kaputt machen. In der Hoffnung, dass wir nicht allzu oft dabei sterben. Das ist ja auch oft leichter gesagt als getan. Vor allem, wenn man so talentiert ist wie ich. Ich habe immer gesagt, man, der Hexer packt so viel allein. Ja. Nicht, wenn ich ihn spiele. Ah, das steht mal fest. So. Ein Bauer Ray. Schau. Da ist der kleine Stanley. Hallo, Stanley. Wuff. Mal. Ihr schüttet etwas von dem Elixier in eurer Hand und haltet es zur Stanley-Schnauze. Schnuppert an dem Elixier und langt dann eifrig zu. Au. Ich muss wohl aufpassen jetzt. So. Ja. Der arme Stanley, gell? Es gab mal einen Stanley. Ach ja, genau, diese Köpfe brauche ich ja auch noch. Okay, wir greifen dich mal an. Das ist allerdings nicht so gut, dass du hier so viel Leben hast. Ich gehöre... Oh, das ist schlecht. Oh, das ist noch schlechter. Ah. Mann. Nein. Hallo. Wolke. So. Krieg ich nochmal einen Stein? Ja, ich krieg nochmal einen Stein. Ist sehr schön. Dann kann ich nämlich hier ein bisschen was so machen und dann futtern. In der Hoffnung, dass jetzt keiner vorbeikommt und mich irgendwie stört dabei, gell? So, ähm, ich sehe gerade Elixier der Weisheit, könnten wir machen, Elixier der Wasseratmung. Oh, was haben wir denn da noch? Oh, was haben wir denn da noch? Irgendeine Blume. Boilen Gras. Kann ich das überhaupt schon plündern? Bauer, 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 Landarbeiter. Ne, ich brauche eigentlich die ganzen anderen Sachen, ne? So, jetzt brauche ich erstmal hier. Ich brauche Mana. Das habe ich. Und dann setze ich mir jetzt einfach mal den Seelenstein. So, der hält jetzt eine halbe Stunde lang an. Mal gucken, wie lange wir in dieser halben Stunde kommen. Was bist denn du? Fußsoldat. Ja, das ist jetzt natürlich blöd, dass die mir hier... Die... Hier sind voll viele Leute. Was ist das? Arbeiter. Bäuerin. Brauche ich die eigentlich? Ja, die bräuchte ich auch. Die könnte ich dann gleich mal kaputt machen. Widerstehen. Das fängt ja schon mal wieder super an. Super. So. Ein bisschen hier. Aber ich brauche einen Überblick. Der muss beibehalten. Der muss bestehen bleiben, der Überblick. Da. Ja. Das heißt, die Bäuerin, die ist schon mal kaputt. Wir haben drei von 30 Schädeln. Wahnsinn. Schneider. Okay, das ist aber nicht das, was ich brauche. Das ist ziemlich mies. Landarbeiter. Ich brauche eigentlich nur die Arbeiter. Das ist so richtig... Bäh. Okay, also ich bin eindeutig zur falschen Zeit am falschen Ort. Fußsoldat, Fußsoldat, Fußsoldat. Ja, was mache ich dann jetzt? Ich kann eigentlich hier nur auf Respawn warten, gell? Was bist du? Du bist ein Arbeiter. Dich brauche ich. Was bist du? Man sagt Arbeiter. Dich brauche ich nicht. Ähm. Und da ist auch wieder ein Arbeiter, gell? Ne, ein Bauer ist das. Aua! Okay, warte, 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 warte. Ah. War das nicht, dass du stehen bleibst? Achso, ne, warte mal. Das war das, gell? Ja, genau. Ich sollte mich halt bei meinen eigenen Flüchen auch auskennen, gell? Wenn ich da wie drauf setze. Aber eins weiß ich. Der Grüne ist für weniger Schaden machen und der, die komische Hand da, ähm, behauptet, dass er nicht wegrennt. Landarbeiter, Landarbeiter, Landarbeiter. Ich würde gern eigentlich vorrangig nur die Arbeiter erstmal kaputt machen, einfach nur, damit ich die hab. Bauer, Landarbeiter, Bauer, Landarbeiter. Bürger Wilkes, den brauche ich auch noch. Sagen wir mal, den passen wir jetzt ab. Das war nämlich jetzt weit genug von allen anderen weg. Das ist ein Arbeiter. Das ist ein Arbeiter. Toll, der nimmt mir jetzt hierher der Schurke weg. Na bitte. Dann hätten wir den auch schon mal. Dann brauchen wir nur einen Minenarbeiter und Amtmann. Aber der Amtmann. Andenken des Todes. Andenken, Andenken. Ja, die Arbeiter, die finde ich nur hier. Das ist so richtig mies gerade alles. Bauer. Landarbeiter. Was bist du, Landarbeiter? Arbeiter. Ja, genau. Du musst verzehren. So, jetzt warten wir mal ein bisschen ab, bis er hier noch zweimal Qual gemacht hat. Dann setzen wir das hier neu. Okay, und dann können wir den hier... Oh, was mache ich dann? Ich will eigentlich hier die Kamerasicht ein bisschen ändern. Was bist du? Oh, du bist auch noch mal weiter. Jetzt bin ich hier mitten im Respawn, oder was? Ah, das ist schlecht. Hilfe! Mann! Wo sind denn die Leute, wenn man sie mal braucht? So, warte mal. Dich vier ich jetzt. Oh, oh. Mein Makakak ist bald kaputt. Nein, mein Makakak ist kaputt. Hilfe! Ähm, warte mal. Ja, okay, du hilfst mir. Das ist sehr gut. So, warte, du bist... Ah, Hilfe! Nein! 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 Ich fallt, Rottel! Weißt du, da gebe ich mir extra selbst einen Seelenstein und bin dann so blöd, dass ich ihn aktiviere. Oh! Okay. Hey, elf von fünfzehn. Sehr schön. Wenigstens hat das noch für mich gezählt. Mann! Wie kann man so blöd sein? Ja. Indem man ein bisschen verpeilt ist, so wie ich und sich mit der Klasse genau gar nicht auskennt. Ich glaube, das sind die zwei besten Antworten darauf. Naja. Das einzige Positive dabei ist jetzt, dass ich zumindest schon mal zwei von diesen gefährlichen Dingen habe und ich brauche nur noch vier Arbeiter. Und dann könnte ich mich eigentlich schon rüber machen zu einem gefährlichen Ding und dann die beiden noch töten, sofern mir das möglich ist vom Level her, weil das ist eine Level 28 Quest. Keine Ahnung, ob mir das so leicht gelingt und kann die hier nebenbei auch noch fertig machen. Also, so gesehen läuft es ja eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Abgesehen davon, dass ich einfach zu blöd bin, um diese Klasse gut zu spielen. Aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und demnach würde ich mal sagen, learning by doing. Ja? Es war zwar nett von dem Jäger, dass er mir dann geholfen hat, aber das bringt alles nichts, wenn ich so untalentiert bin mit den Echser. Ah. 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 So, wir kommen da jetzt hin. Dann muss ich mich erst mal regenerieren. Ich würde sagen, ich mache dann hier auch erst mal wieder einen Cut, wenn wir da hinten liege ich irgendwo. Genau. Leichnam von Freya. Jetzt wiederbeleben. Ja. So. Ähm, genau. Nicht kann ich bieten. Und futtern. Was ist mit dir? Du bist ein Bauer. Okay. Ja, 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 ja. Bauer. Ich würde sagen, ich mache hier jetzt dann erst mal wieder einen Cut. Ich werde mich hier erst mal um meine Sachen wieder kümmern und dann sehen wir uns in der anschließenden Folge gleich. Baba.